Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Diebstahl-Gaming. Exzellent! Rein ins Game American Theft 80s. Also, richtig schön im Einbruchs-Style. Gucken wir mal rein. Also, Profil ist angelegt. Wir starten rein und werfen mal einen Blick drauf. Neues Spiel. Alles im 80s-Style. So soll das doch. Richtig, richtig geil. Und ich bin echt gespannt, was da abgeht. Vielleicht wäre das ja mal was wieder auch für den Livestream. Ich hoffe, das passt so vom Sound. Check, check. Up geht it. You know what I like about you, Jack? You know how to keep things off the books. Try to go up the balcony. Go down that hall. Kletter auf den Bauchon? Okay. You know what to do. Ja, Mann. You know what to do. Klar. Erstmal die Hörer aufhängen, Alter. Kannst ja nicht ausdenken. So, wir gehen rein. Es geht direkt los. Alter, voll gut. Macht schon direkt wieder Stimmung. Voll gut. Also, erstmal gucken, wie die Steuerung ist. Fast. Okay, wir können uns bestimmt ducken. C. Ja, mit C. Okay. Das heißt, erstmal sneaky hier rumrennen. Hausfriedensbruch leuchtet schon auf. Wir sind noch gar nicht drin. Mit A. Alter, mach keinen Scheiß. Geht schon direkt los, ey. Was haben die hier schön? Was haben die hier eine halbe Bar direkt an der Badewanne? Schön in Shampoos. Das fühle ich aber, ey. Das ist aber... Das ist aber genau mein Style, ey. Kamera. Kamera umschalten mit V. Du kannst die Kamera jederzeit ändern. Okay, okay, okay. Ah, First Person. Ja. Wir gehen in First Person rein. Viel direkter. Können wir auch so Sachen einfach mitnehmen hier? Uh. Deko. Säule. Ist das jetzt eine Gewichtsanzeige oder eine Wertanzeige? Deko-Säule. Deko-Säule. X-Pese. Das ist ein bisschen groß. Das Bild. Wie sieht es aus mit dem Bild? Aber hier sind überall Glaswände, ne? Das ist ja wild, ey. Läht der jetzt? Ah, ich hab gerade... Moment, Moment. Ich hab E gehalten. Das heißt, ich schau da nur rein. Oder ich mach's auf. Alles klar. Okay, der Wachmann-Dude, der ist ja gerade abgehauen. Das hat man ja schon gehört. Also hier ist nichts mit, ähm, mit gedrückt halten, damit man... Ich kann auch nicht rein, ne? Ich kann auch nicht rein. Okay. Okay, okay, okay. Ah, man kann tatsächlich durchs Schlüsselloch schauen, du alter Spanner. Ja, abgefahren. Und hier unten in der Ecke sehen wir auch noch so ein bisschen die Map. Also, das ist der ganze Raum. Der Tresor scheint laut Map direkt im Room neben mir zu sein. Heißt, ich müsste da durch und da vorne durch diese Tür. De, 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 de. He, 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 he. Bin ich denn ernst, Alter? Erstmal die Butze leer räumen, während der Wachmann da vorne rumsteht, oder was? Was ist hier mit den ollen Schinken? Sind die nicht irgendwie ein bisschen was wert? Ey, 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 ey. Ja, Mann. Was sagt er jetzt? Versteck dich? Ach so, hier. Ah, jetzt kann ich mich erst verstecken. Ah, tutorialmäßig noch alles. Der Lappen, was er mich nicht gesehen hat. Geh in ein Schlafzimmer, untersuch den Safe. Auf jeden. Jetzt rennen wir hier erstmal rum. Uh, deko-schwarze Vase. Aber ich bin überladen. Ja, siehste, jetzt geht es los, ey. Ich kann aber gleich bestimmt noch viel geilere Sachen mitnehmen. Street Tour Man. Oh, ich seh jetzt schon, komm, ey. Oh, 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 Wachmann, Wachmann, Wachmann. Abbrechen. Was stand da? Aktionsliste. Moment, Moment, Moment. Geh in ein Schlafzimmer. Wo soll ich denn hin? Ist das wohl unten? Das ist unten. Oder kann ich da außen rum, laut Map, nicht? Ob das unten ist? Alter, mach mich doch nicht fertig. Ne. Ja, sag mal, wie komm ich denn dann da rein, ey? Okay, das ist das Schlafzimmer. Ich lappen. Ich bin doch hier genau richtig. Perfekt. Alter, ich hab's doch gewusst. Ey, 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 ey. Jetzt gibt das mega. Ja, ja, ja. Willkommen in Shady Woods, boy. Yeah, boy. Puh, das war natürlich ein harter Start. Und sie haben uns tatsächlich im besten Hotel der City untergebracht. Alter. Alter, Game Sounds, was ist mit euch los? Kannst du dir nicht ausdenken. Okay. Schnapp den Schlüssel. Irgendwer war wohl so cool und hat uns irgendwie, will, dass wir hier rauskommen. Na dann. Ist hier noch was zum Mitnehmen? Mein Zeug oder was? Irgendwelche Infos? Ne, ne? Interagieren. Bla, bla, bla. Anschleichen. Ja, anschleichen reduziert Geräusche, hilft nicht entdeckt zu werden. Drücke C um Anschleichen, halte Shift zum Schnellen Schleichen. Okay. Ah, das ist die Action Bar für schnelles Schleichen unten. Oh, geil, Alter. Kann man auch mal machen. Okay, scheint alles zu zu sein. Alter, jetzt aber schnell weg hier. Puh. Die Asservatenkammer. Hahaha. Alter, ohne Scheiß, solche Games, ne? Immer wieder gut. Ey. Immer wieder gut, ey. Sehr schön sneaky. Kann man hier noch was mitnehmen? Hier ist so beleuchtet und so? Oder ist das... Uuuuh. Verdorrig. Okay, raus hier. Benutzt den Schlüssel. Und raus. Erstmal hier schön wegschleichen. What the heck? Nimm den Bus? Ja, sorry. Ich wollte dir eigentlich beim Ausbruch helfen, aber... Kannst du nicht einfach den Bus nehmen? Und noch mal, Alter. Bip, bip, bip. Okay, kann ich nicht rein. Sieht aber schon mal richtig gut aus. Sieht schon mal wirklich gut aus. Viele Optionen. Wenn ich das jetzt schon sehe. Ich hab schon richtig Bock wieder. Gute Aktion. Hoppala. So, und jetzt... Ein bisschen Kniegas geben. Können wir hier nicht noch was mitnehmen? Oh, da stehen sie schon wieder drin. Ja, vielleicht sollte ich's lassen. So, Attacke. Da machst du so'n Ausbruch. Da machst du so'n Ausbruch und stehst dann einfach an der Bushaltestelle. Mega gut, ey. Schön gut. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter. So wird professionell einfach ausgebrochen. Ach, richtig. Richtig, richtig gut, ey. Ja, abgefahren. So, geht zum Zimmer mit der Nummer zwei. Da ist das Office, Sunlight Motel. Joa, gehen wir jetzt erstmal nicht rein, oder? Müssen wir hier... Oh, guck mal, hier können wir das speichern. Das machen wir doch direkt. Cool. Nummer zwei. Keiner drin? Nee. Perfekt. Also, das ist offensichtlich unsere Base. Und von hier aus starten wir dann unsere kriminellen Machenschaften. Ich bin echt gespannt. Wenn du meinst, das wär doch was für den Livestream. Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Dormit. Oder ich würde sagen im Livestream, oder? Bis zum nächsten Mal. Das Schlie陽 im Auftrag des ZDF. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.